Willkommen zum Tutorial für die Übung Hanging Knee Hold. Ganz einfach im Prinzip. Wir wollen uns an die Stange hängen, aktiv natürlich, die Knie hochziehen und sie dann oben halten. Es gibt ein paar Feinheiten und dadurch kannst du noch mehr den Bauch arbeiten lassen. Also häng dich hin, aktiv, zieh die Knie hoch und bleib einfach nur hier. Achte dabei wirklich darauf, dass du die Schultern runterziehst und richtig Spannung in den kompletten Latizmus, in den kompletten Rücken reinbringst. Und dann kannst du natürlich verschiedene Sachen machen. Du kannst dir einfach nur die Knie anheben und hoffen, dass sie oben bleiben oder du arbeitest wirklich mit dem Bauch mit und kippst dein Becken nach hinten, dass dein Bauch noch mehr arbeitet, dass du im Prinzip wie so eine halbrunde Kugel bist und dann die Knie hoch ziehst. Du siehst, der Rücken ist rund und dadurch arbeitet dein Bauch noch mehr. Ähnlich wie beim Hollow Back Hold. Also noch einmal an die Stange, Schultern aktiv ziehen, das Becken kippen, Knie hoch. Dann bleibt dein Rücken unten rund und wenn du es noch schwerer willst, streckst du die Beine aus und wenn du das dann hältst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass da ordentlich was passiert. Bei Fragen schreib mir gerne und wir helfen dir weiter. Viel Spaß!